Wenn Sie gerne jeder kleinste Detail Ihre Arbeit kontrollieren, verlieren Sie sicherst die Geduld mit Kollegen, die nicht präzise sind. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die Ideen generieren und Projekte initiieren und Sie einen Partner haben, der jeder Detail diskutiert, werden Sie die Geduld mit dem Team verlieren. Manche Menschen sind in der Lage, die Gesamtsvision eines Projekts zu entwickeln. Andere konzentrieren sich darauf, Ausführungsprobleme zu erkennen und jedes Detail zu lösen. In einem Unternehmen braucht man beide Arten von Menschen. Wir müssen wissen, was wir tun sollen und wir müssen wissen, wie es tun soll. Wenn Sie also mit jemandem arbeiten, der anders denkt, sehen Sie ihn nicht als Problem ein. Es ist eigentlich Irrgendsum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017